Ich muss das anders, ich muss da vorsichtiger sein. Gut. Der ist ja tot. Na, wo bleibt der? Da. Zwei gleich. Drei. Scheiße. Gut. Komm schon. Ja, wo läuft der denn entlang? Bitte, bitte, bitte. Können wir die Stadt mal schlechter stellen? Jo. Gut. Bleibt dann, wo bleibt denn? Eintritt aber hier noch rumlaufen. Den muss ich noch mal sehen. Hm. Wir müssen da hoch in das gräutene Zimmer. Okay. Ähm. Achso. Ich glaube, wir müssen hier die Tür öffnen. Ich höre die ganze Zeit diese Schritte und ich weiß nicht, wo die sind. Machen wir die Tür zu. Gut. So. Ach ne. Das ist mal falsch. Ei, ei, ei. Okay. Da ist der Silberum. Achso, Silberum, das war der Ding, den haben wir schon. Warte mal. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Smoking Room. Falsche Richtung. Scheiße. Nein. 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 Wie viele kommen denn dann noch? also. Ja. 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 So. Dann müssen wir halt die brutale Art machen. Ja, da funktioniert. Und gleich noch was zum Essen zum Verstärken. Das ist schön. Scheißen, Dreck. Weil ich hier in die falsche Richtung gelaufen bin. So. Ah, Scheißmusik. Gut. Dann wollen wir mal zur Emily. Du, das Leben. Hallo, Emily. Alles klar. Ähm. Ähm. Das kann doch nicht sein. Geliebter, bist du es? Nein. Nein, du bist tot. Tot, tot, tot. Okay. Was haben wir hier? Das nehmen wir mit. Sonst noch was da? Nö, glaub nicht. Sehr schön. Ja. Hast du ihn gesehen? Den attraktiven, einen mit den hübschen, den Schirm auch? Ich will Ihnen nur sagen, dass ich meinen keinem überleum. Ja. Die Lippen greifen, wenn wir uns überleiben. scheiße komme ich jetzt hier raus scheiße hier gut Samuel und Emily komme ich da irgendwie hoch so natürlich nicht kann ich jetzt eigentlich noch mal zur Destillierfabrik zurück da drüben ist sie, ne kann ich nicht mehr oder doch ich möchte das in die Kombination verraten weil schauen was passiert bin mal gespannt ich betrete neutrales Gebiet wo ist denn der jetzt, ach da oben ist er das jedes mal woanders steht das ist scheiße ich werde es dir nicht schlau nicht nur wegen der Maske ich danke für die Kombination aber warum sollte ich nicht an die Abmachung reiten jeder sagt dass mindestens einer der Pendenten tot ist hast du wohl doch die Hände schmutzig gemacht was Obligatorisch habe ich ihm es nicht abgegeben weil warum nicht so und jetzt können wir uns Richtung Samuel bewegen und dann haben wir die Emily befreit ja zur Bottle Street du 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 auch fortfahren 7 feindliches Gebiet mhm Gucken wir mal, wie PvP. Feindgebiet. Scheiße. Hätte er klappen können. Boah, super. Habe ich keine mehr. War jetzt vielleicht nicht so clever, aber egal. Hopp, weg, 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 Junge. Hopp, los. Ja. 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 Hopp und weg. Boah, spinnst du. Was haben wir denn in der Kraft? Slackjog auf dem Grolli zu finden. Mit Dampf getötet. 43 Gegner, 8 Zivilisten. Null Alarme. Weichen oder bewusstlose Personen entdeckt. Eine Rune gefunden von 5, aber 1000 von 4000. Oh Gott, bin ich schlecht. So. Damit haben wir die Kaiserin gerettet. Also die zukünftige Kaiserin. Kaiserin. Sie haben Ihre Angelegenheit erledigt, Corvo? Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen. Doch wenn jemand sein Schicksal verdient hat, dann waren es diese Perfectness. Von welcher Angelegenheit sprechen Sie? Oh, ich, äh... Angelegenheiten für Erwachsene, mein Kind. Ich meine, eure Hoheit. Vergibt mir. Kein Problem. Ich habe in der Golden Cat von Erwachsenen gehen gehört. Oh. Ich sollte mich darauf konzentrieren, dieses Boot zu steuern. So. Oh. Lady Emily, ich bin Kalista. Ich werde für Sie sorgen, solange Sie bei uns sind. Freut mich. Freut mich auch. Wollen Sie jetzt in meinem Turm sehen? Kann ich sehen? Ja. Gerne. Sie werden es sehen. So wie den ganzen Houndpitz-Pop. Gut. Ich glaube, Ihnen gefällt es mir. Ich bin Kalista, Corvo. Alles klar. Wir sehen uns später. Jo. Sie beeindrucken mich immer wieder aufs Neue. Nur mit einer Klinge bewaffnet haben Sie den Lauf der Stadt für immer geändert. Und nach dem Ende der Zwillinge wird Lord Pendleton für Sie im Parlament abstimmen. In einer Nacht haben Sie mehr getan, als die meisten Männer in Ihrem Ganzen liegen. Ich muss noch etwas mit Ihnen besprechen. War klar. Bitte Lord Pendleton um eine Unterredung. War auch klar. Okay. Ähm. Wo ist er denn? Pendleton. Huhu. Auch da. Na super. Okay. Dann. Ähm. Wo soll denn der sein? Beamen. Sieben. Ich habe das mit dem Beamen richtig drauf, wie man sieht. Gut. Also, ähm. Mal anders machen. Dit 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 dit. Wir laufen halt doch. Servus, Chefe. Die Verschwörung der Kaiserträume dankt für Ihre Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Meine Brüder. Wir glauben nie, dass Sie der Mörder der Kaiserin sind. Wir wussten, es ergab viel mehr Sinn, dass der jetzige Lautregent unter dieser Sache steckte. Unterstützt von einigen seiner Vertrauten. Wir haben viel Geld investiert und uns in Gefahr begeben, um Sie aus dem Gefängnis zu befreien. Aber wir taten es, weil wir glauben, dass Sie es sind, der die Wende bringen kann. Ach. Und Herflok sucht nach Ihnen. Was sollte das jetzt bringen? Welchen Sinn hat er jetzt dieses Gespräch? Naja. Oh, danke. Danke. In Ordnung, mein Freund. Martin hat unsere nächste Aktion gepraft. Eine Fußnote in Campos Tagebuch besagt, dass die Geliebde des Lorfregentenmodells afs für Sokolow, Maler und kaiserlicher Arzt. Er wird uns ihren Namen verraten. Sokolov verbringt die Hälfte seiner Zeit auf der Caldwin-Brücke über dem Fluss. Allerdings müssen sie sofort aufbrechen, denn noch ist Sokolov in seiner Wohnung auf der Brücke. Samuel kann sie dicht an die Brücke bringen, aber sie müssen Sokolov allein finden. Bringen sie ihn lebend hierher, denn ermöglicht er uns unseren nächsten Schritt. Ich kann kaum glauben, was sie schon geleistet haben. Die Flucht aus Caldridge, das Ende des Oberaufsehers, Emilys Rettung. Sie erfüllen diesen alten Offizier mit Stolz. Versus da ist. Aber wenn man es jetzt genau nimmt, bin ich doch eigentlich fertig. Weil sie kann jetzt das Erbe antreten und kann Kaiserin sein, wenn man es genau nimmt. Zum Glück nehmen wir es nicht so genau. So, dann hätte ich gesagt, dreieinhalb Stunden. Ich danke, ich mache jetzt mal eine kleine Aufnahme-Päuschen. Und tja, wir sehen uns dann. Servus, Wallis. In der nächsten Aufnahme hätte ich genau gesagt. Und ja, alle, wo es gefallen hat, danke fürs Zuschauen. Schaut mal die Bilder an von Dishonder 2. Wird euch sicherlich gefallen. Und dann, ich muss eh noch vorher einkaufen. Sehen wir uns.